Hallo liebe Gästemannschaften, hallo liebe Gäste-Fans, herzlich willkommen zum VfR-TV. Heute möchten wir euch mal zeigen, wie ihr am besten zum Seestadion kommt. Wie ihr sehen könnt, gibt es viele Wege, die zum Seestadion führen. Doch die beste ist, wenn ihr die Autobahn A9 bei der Abfahrt Garching Nord fahrt. Von dort ist es dann nur ca. 2-3 Minuten, dann seid ihr schon beim Seestadion. Aber schaut es euch mal selbst an. Der Fahrwerk, auch heut die Nacht, den manchen Schmerzen schaffen macht. Für Kameradschaft steht Schwarz-Weiß, die Spieler sind auf jedem. Gegner heißen auf den Rängen, mit Schlachtgesängen. Da stehen die Fans in großen Bänden und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der Fahrwerk. Und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der VfR. Das Stadion in Garching Stadt, ein schöneres kaum einer hat. Denn VfR ist super drauf, wir nehmen Siege ihren Lauf und ziehen auswärts wir hinaus. Holen wir die Punkte stets nach Haus, denn Garching kickt für wenig Geld. In Ordnung ist die Fußballwelt. Für Kameradschaft steht Schwarz-Weiß. Die Spieler sind auf jeden Tag, die Spieler sind auf jeden Tag, Kinder heißen auf den Rängen. Mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Bänden. Und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der Fahrwerk. Und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der Bauer, der Bauer. Und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der Bauer, der Bauer, der Bauer, der Bauer. Und keine Niederlage ist es, wenn, dass man nicht mehr zusammenkommt. Für Kameradschaft steht Schwarz-Weiß. Die Spieler sind auf jeden Tag, die Spieler sind auf jeden Tag, Gegner heißen auf den Rängen, mit Schlachtgesängen. Da stehen die Fans in großen Bänden. Und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der Fahrwerk, der Fahrwerk. Und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der Bauer, der Bauer, der Bauer. Und alle wissen, hier ist er, der Bauer, der Bauer, der Bauer, der Bauer. Und alle wissen, hier ist er, der Bauer, der Bauer, der Bauer, der Bauer. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Und geht ein Spiel einmal daneben, den wir ins Vorteil einen heben. Keine Niederlage ist es, wenn, dass man nicht mehr zusammenwirkt. Für Kameradschaft steht schwarz-weiß, die Spiele sind auf jeden. Gegner heißen auf den Rängen, mit Schlachtgesängen. Da stehen die Fans in großen Wänden und alle wissen, hier ist er, der Foulberg, der Foulberg. Und alle wissen, hier ist er, der Foulberg, der Foulberg vom Foulberg. Und alle wissen, hier ist er, der Foulberg, der Foulberg, der Foulberg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sich dieses Video anzuschauen. Und denken Sie bitte dran, fahren Sie vorsichtig und wir freuen uns auf Ihren Besuch.